Hallo Leute, könnt ihr mich hören? Könnt ihr mal in den Chat schreiben, wenn ihr mich hören könnt, wenn ihr mich sehen könnt? Schreibt mal, wo ihr wohnt, wo ihr seid, dass ich auch sehe, dass ich nicht alleine bin. Ich sehe noch nichts. Wenn ihr chattet, klickt bitte auf an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Das müsst ihr oben auswählen. Aha, hallo aus Berlin, Berlin. Sehr schön, sehr schön. Okay. Also nochmal, wenn ihr was schreiben wollt, wählt oben bitte aus alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer, damit ich das auch sehe. Ja, herzlich willkommen zu diesem Vortrag zum Thema So findest du einen Traumjob auf Deutsch? So findest du deinen Traumjob auf Deutsch und in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern. Mein Name ist Philipp Samirae und eines meiner Ziele ist es, auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Instagram-Account Leuten zu helfen, ein super Leben zu führen. Das heißt, mehr Geld zu verdienen oder einfach besser Deutsch zu sprechen als die meisten anderen, die Deutsch lernen. Am besten noch besser als Muttersprachler. Das sind meine Ziele. Ich bin kein bescheidener Mensch mit meinen Zielen. Wir versuchen immer, sehr hohe Ziele zu erreichen. Und heute möchte ich euch einige Punkte zeigen, mit euch über einige Punkte sprechen. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Könnt ihr alle diese Präsentation sehen? Bitte schreibt mir das in den Chat. Ich denke mal, ihr könnt es sehen. Also, worüber wir heute sprechen. Wir werden darüber sprechen, wo dein Traumarbeitgeber ist, wie du ihn findest, digital findest. Und der zweite Punkt, wenn du ihn gefunden hast, wie du ihn überzeugen kannst, dass du der richtige Bewerber bist. Wir versuchen das in dieser halben Stunde alles so kompakt wie möglich zu klären, soweit wie man das natürlich machen kann. Okay. Gut, über meine Prinzipien habe ich gesprochen. Ich möchte, dass ihr informierter seid als die Einheimischen, die meisten Menschen, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz leben. Ich möchte, dass ihr die Informationen habt, die die meisten nicht haben. Warum ist das so? Ich denke, die größte Aufgabe ist der Mensch. Du musst einen Menschen überzeugen, dass du kompetent bist. Dass du geeignet bist, diese Aufgabe zu übernehmen. Dass du, man muss es sagen, besser geeignet bist als vielleicht ein Muttersprachler. Dieses kommunikative Ziel müssen wir erreichen. Und das ist eine Herausforderung. Das geht nicht so schnell. Dafür muss man einen Plan haben. Den Plan gebe ich euch. Gut. Gucken wir uns an erstmal. Wo ist dein Traumarbeitgeber? Ich vermute mal, du hast eine Vorstellung, wie deine Traumarbeit aussieht. Gucken wir uns erstmal an. Wo finden wir gute Stellenanzeigen? Interessante Stellenanzeigen? Der erste Punkt ist dein Bekanntenkreis. Tatsächlich. Wenn du einige Leute kennst, vielleicht arbeitest du schon in einer Branche. Das ist dein erster Ansatzpunkt. Warum? Du hast dort Vertrauen. Und Vertrauen ist die Basis. Ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Der Arbeitgeber muss dir vertrauen. Und schaut mal, ich habe auch eine kleine Firma. Und bei mir ist das so, wenn jemand, der schon bei mir arbeitet, sagt, hey, nimm den Thomas, nimm den Stefan, nimm den Sebastian, dann habe ich schon Vertrauen. Weil ich kenne den Freund. Ich kenne den Mann oder die Frau in der Mitte. Der Bekanntenkreis, oder man sagt auch Vitamin B, das ist wirklich, wo du anfangen solltest. Vitamin B. Vitamin B heißt einfach Beziehungen. Das ist nicht wirklich ein Vitamin. Soweit alles klar? Hat das jemand nicht verstanden? Schreibt es gerne mal in den Chat, ob das soweit klar ist. Okay. Keine Reaktion. Ich vermute jeder. Ah doch, da sind sie. Die ganzen Chats sind unten. Ja, alles klar. Gut, gehen wir weiter. Wenn du jetzt arbeitslos bist oder du hast jetzt einfach momentan kein Vitamin B, keine Kontakte, dann ist mein Vorschlag und das ist immer dasselbe. Das hat über die Jahre immer geklappt. Du fängst an, Kontakte aufzubauen. Das ist dein Ziel. Und deinen Lebenslauf auch neu aufzubauen. Du hast zum Beispiel in deinem Heimatland gearbeitet als irgendwas. Jetzt bist du in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Belgien, überall da, wo man Deutsch spricht. Und du fängst bei Null an. Null heißt, in diesen Ländern denken viele Menschen, okay, wenn du nicht in Deutschland gearbeitet hast, ich glaube nicht, dass du in deinem Heimatland, das ist nicht meine Meinung, aber das denken viele, ich glaube nicht, dass du in deinem Heimatland deinen Beruf richtig ausgeübt hast, dass du richtig gearbeitet hast, dass du richtig gelernt hast. Das denken viele. Darum ist unser Ziel, den Lebenslauf neu aufbauen in diesen deutschsprachigen Ländern. Wie schaffen wir das? Der erste Schritt ist der schwierigste. Ehrenamt. Tatsächlich, was bei vielen Leuten funktioniert, sie arbeiten ehrenamtlich, das heißt ohne Geld, irgendwo, bei einer Bibliothek, in einer Schule, bei einem Sozialverein, im Tierheim, es ist egal. Aber es ist eine Adresse in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, in diesen Ländern. Und dort engagieren sie sich. Okay? Das heißt, ihr habt eine Station im Lebenslauf bei Tätigkeiten, ist eure oberste Station, Ah, ich bin momentan tätig, ich bekomme kein Geld, aber da schreiben wir nicht rein, bei dieser und dieser Firma oder diesem Verein. Weiterbildungen, immer sehr, sehr gut. Ein Praktikum, bezahlt, meistens mit wenig Geld oder unbezahlt, hilft extrem. Hier fragt jemand, kannst du das Ehrenamt als Arbeitserfahrung verkaufen, also präsentieren? Ja, das funktioniert. Im Sinne von, im Sinne von, wenn du ein Ehrenamt hast, was in diesem Land ist, und besonders, wenn es nah an dieser Arbeit liegt, das kann funktionieren. Meistens, wir sprechen hier bei dieser Folie über Leute, die irgendwie Probleme haben, wenn die sich normal bewerben, reinzukommen. Warum? Mangel an Vertrauen. Du kommst aus China, du kommst aus Argentinien und viele denken, Argentinien, die arbeiten nicht richtig und wir müssen dieses Vertrauen herstellen. Aber Ehrenamt ist nicht der einzige Weg. Ein Praktikum kann auch klappen, bei einer Firma, die in der Branche ist. Das kann auch unbezahlt sein. Du gehst hin und sagst, ich möchte gerne bei Ihnen lernen, ich möchte gerne wissen, wie das funktioniert und Sie müssen mich nicht bezahlen. Das ist eigentlich ein gutes Angebot. Ein anderer Weg sind Personaldienstleister, Zeitarbeit. Zeitarbeit hat einen sehr schlechten Ruf, es gibt auch Probleme dort, aber nach meiner Erfahrung funktioniert das oft als erster Schritt. Und ich kenne Leute, die hatten Probleme bei den Bewerbungen und dann haben die erstmal ein Ehrenamt ausgeübt und dann haben die bei einer Zeitarbeit gearbeitet. Warum? Dort haben die die Kontakte geknüpft. Die haben Leute kennengelernt und dann haben die einen Festvertrag bekommen. Also das kann funktionieren, wenn man das für eine begrenzte Zeit macht, um die Kontakte zu knüpfen. Vertrauen, Vertrauen. Hier schreibt jemand, ein Praktikum kann manchmal komisch aussehen, wenn man schon über 30 ist. Kannst du was dazu sagen? Ja, es spielt keine Rolle. Kompetenz gewinnt. Kompetenz gewinnt und Vertrauen gewinnt. Und wenn du 88 bist, gar nicht diese Sachen im Kopf zulassen. Ich bin zu alt, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Gar nicht zulassen. Das ist alles Kopfkino. Das ist alles Kopfkino. Also Kopfkino heißt, das ist nur in deinem Kopf. Okay. Wo suchen wir? Das ist der leichte Teil. Bei Meta-Jobbörsen. Meta heißt eine Jobbörse, die viele andere Jobbörsen für dich durchsucht. Indeed kann ich empfehlen, es gibt aber noch andere. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Netzwerkportale. LinkedIn und Xing. Xing ist besonders im deutschsprachigen Raum bekannt. Aber LinkedIn hat immer mehr Nutzer, immer mehr User. Das funktioniert wie Instagram und Facebook. LinkedIn. Okay. Und ich empfehle dort unbedingt ein Profil anzulegen. Gucken wir uns LinkedIn genauer an. Das Erste, was man machen sollte, ein vollständiges Profil anlegen. Du schreibst deinen Lebenslauf da rein. Und du schreibst das interessant rein. Versuch wirklich zu überlegen, wie kann ich das interessant... Bitte bleib immer bei der Wahrheit. Immer die Wahrheit schreiben. Aber du kannst das interessanter schreiben. Das ist eine Kunst. Das hat man nicht an einem Tag fertig und dann macht man nie wieder etwas. Das ganze Profil, da gibt es noch viele andere Details. Allein das, da kann man viel drüber sprechen. Da solltest du immer wieder nochmal drüber gehen und gucken, was kann ich da verändern, was kann ich verbessern. Hier hat jemand gefragt, können sie Personaldienstleister empfehlen? Ja, das ist, was ich meinte mit Zeitarbeit. Als erster Schritt, ja. Damit du in die Branche reinkommst, wo du rein willst. Als erster Schritt. Und dann lernst du da die Leute kennen. Ein kleiner Punkt, wie man zum Beispiel sein LinkedIn-Profil interessanter macht, ist einfach mit einem sehr guten Foto. Ihr seht, ich suche keine Arbeit auf LinkedIn. Deswegen habe ich da so einen Pullover, ein Hoodie. Ihr könnt ein anderes mit einem Anzug nehmen. Aber es ist auf jeden Fall, ich war beim Fotografen für dieses Foto. Und dann habt ihr hier unten eine Möglichkeit, über euch zu schreiben. Ich habe jetzt nur ein Motto von mir geschrieben. Entweder besser oder anders. So arbeite ich. Entweder versuche ich immer, es besser zu machen als alle anderen. Oder, wenn ich das nicht kann, dann wenigstens mache ich das anders als die anderen. Manchmal kann man nicht besser sein als die anderen, weil die anderen sind so gut. Gut, ein Punkt ist, also das ist schon mal ein simpler Punkt. Hier könntet ihr reinschreiben, zum Beispiel ihr seid Elektriker, ihr könnt sagen, Elektrik ist für mich alles. Alles fließt. Es muss nicht so ein krasser Spruch sein. Ihr könnt auch einfach kurz beschreiben, wie ihr arbeitet. Ein Prinzip von euch. Dann habe ich hier einen Banner reingetan. Nochmal, ich suche keine Arbeit auf LinkedIn. Einfach nur als Beispiel. Das ist ein normales Foto, kein super professionelles Foto. Und ich habe wieder ein Motto von mir reingetan, damit der Zuschauer mich nicht vergisst. Wie könnt ihr so einen Banner machen? Hier, auf Canva.com ist kostenlos. Dann ist auch nicht schwer, sowas zu machen. Das ist zum Beispiel eine Sache, damit könnt ihr euer Profil etwas interessanter machen. Das ist eine simple Sache. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber wichtig ist nur, dass ihr das seht. Egal, in welcher Branche du bist. Elektriker, Handwerk, Busfahrer. Ich habe öfter Leute gehabt, die sagen, nee, ich bin Bahnfahrer. Das ist nichts für mich, das ist nur für Manager. Nein. Nachdem diese Leute sich angemeldet haben, haben die viele interessante Angebote gefunden. Oder Leute haben sich bei ihnen gemeldet. Ich habe auch schon ein Angebot als Deutschlehrer bekommen über so eine Plattform. Obwohl ich keine Bewerbung geschickt habe. Habt ihr das verstanden? Es kann sein, dass eine Firma sich bei euch meldet und sagt, möchtest du nicht für uns arbeiten. Warum? Weil euer Profil interessant aussieht. Das kann passieren. Sehr, sehr wichtig. Noch ein bisschen mehr über LinkedIn. Ihr vernetzt euch mit relevanten Leuten. Mit den Leuten, die Entscheidungen treffen können oder beeinflussen können. Zum Beispiel Personaler. Personaler, das sind die Menschen, die eure Bewerbungen normalerweise bei einer großen Firma zuerst lesen. Was mache ich zum Beispiel? Wenn ich einen Personaler sehe, Thomas Schmidt, dann suche ich ihn auf LinkedIn und ich gucke, was der so schreibt. Ich gucke in seinen Lebenslauf. Und dann verbinde ich mich mit ihm. Okay? Jemand fragt, wann hat die Präsentation angefangen? Um 13 Uhr 4. Ich weiß nicht, ob das interessant für dich ist. Übrigens, wir zeichnen das auf. Wir speichern das und wahrscheinlich, ich muss noch mit den Organisatoren sprechen, posten wir das auch auf YouTube. Also, wenn jemand den Anfang nicht gesehen hat oder wenn ich für einige Leute ein bisschen zu schnell spreche, wir werden das veröffentlichen, diese Aufzeichnung. Okay. Ich verbinde mich also mit den Leuten, die die Entscheidung treffen. Ich verbinde mich mit denen. Schon bevor ich meine Bewerbung schicke, gucke ich, wie denken die, was ist wichtig für die. Sagen wir, es funktioniert nicht mit der Bewerbung. Wir kommen nicht zusammen. Was mache ich danach? Ich bleibe in Kontakt. Und das ist mir auch schon passiert. Ich habe gesagt, LinkedIn funktioniert wie Instagram. Übrigens, das ist unser Instagram-Account, deutsch.de1. Das heißt, wenn ich etwas von meiner Arbeit poste, als Deutschlehrer zum Beispiel, habe ich wirklich gemacht, diese Leute, die mit mir verbunden sind, die sehen das. Und dann vergessen die mich nicht. Und was ist passiert? Eine Uni, hier, das ist das Beispiel, ich hatte mich bei einer Universität beworben als Deutschdozent, als Deutschlehrer an der Uni. Und das hat nicht funktioniert. Okay. Aber ich hatte mich mit einer Mitarbeiterin, mit einer Professorin verbunden auf LinkedIn. Einfach so. Ich hatte sie im Internet gesucht. Ich habe gesehen, sie schreibt interessant. Sie wirkte sympathisch. Dann habe ich mich mit ihr verbunden. Und dann die nächsten Monate habe ich ab und zu etwas gepostet. Ein kleines Video, 20, 30 Sekunden von meiner Arbeit, wo ich etwas sage im Deutschunterricht. Etwas Interessantes, etwas Lustiges. Nichts Besonderes. Ich habe nicht viel gepostet, nicht jeden Tag gepostet, noch nicht mal jede Woche. Was ist passiert? Ein paar Monate später, drei, vier Monate später, hat sich diese Frau bei mir gemeldet. Ich kenne die Frau nicht. Also nicht persönlich. Und sie sagt, hey Philipp, schick mir nochmal deinen Lebenslauf. Wir suchen jetzt wieder einen Dozenten für Deutsch. Okay, habe ich gemacht. Dann hat irgendwie wieder nicht funktioniert. Ein paar Monate später sagt sie, Philipp, wir suchen wieder jemanden für Deutsch. Schick mir nochmal deinen Lebenslauf. Sie war in dieser Universität und sie hat für mich gekämpft. Weil sie mich kannte. Sie hatte Vertrauen zu mir, obwohl sie mich nicht kannte. Sie hat einfach ein paar Posts gesehen, wo ich über die Arbeit spreche. Nichts Besonderes. Und nochmal, ich bin Deutschdozent. Ich bin Deutschdozent. Ich bin kein Manager. Wenn nochmal jemand sagt, LinkedIn ist für Manager. LinkedIn ist nicht nur für Manager. LinkedIn ist für alle Branchen. Für alle Berufe. Egal welcher. Okay. Kommen wir jetzt zum zweiten Kapitel von heute. Wie überzeugst du den Traumarbeitgeber in einer Bewerbung? Und hier habe ich einen Gastdozent, der Mustafa. Der Mustafa arbeitet bei einem großen deutschen Chemieunternehmen. Den Namen darf ich nicht sagen, hat er mir gesagt. Aber ist so. Und er ist dort zuständig für die Sicherheit von über 300 Mitarbeitern im Bereich Umweltschutz und Arbeitssicherheit. Und er hat auch bei null angefangen. Er hat in einem anderen Land eine Ausbildung gemacht. Kam nach Deutschland. Und wie er das geschafft hat, das erzählt er euch jetzt. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Mustafa Al-Sarihi. HSI Manager und Trainer. HSI steht für Health, Safety and Environment. Und vielen Dank, Philipp, für die Torn-Tipps und für die Moderation. Heute möchte ich mit euch über einen sehr wichtigen Punkt sprechen. Und das war, wie bekommen sie deinen Traumjob? Wie können sie ihre Bewerbungsunterlage erfolgreich repräsentieren? Und wie konnten sie das überhaupt machen? Erstmal, ich möchte sie etwas sagen. Erstmal, glauben sie an sich und sei sie mutig. Mut steht im Latein für Herzbesitzer. Das heißt, erst mal, was sie brauchen, erst mal an sich zu glauben, bevor wir jetzt die Sache erwähnen. Zweitens, ich habe in meinem Handelsland Erdöl studiert. Ich habe im Erdölbereich studiert, wo ist das hier in Europa und besonders Deutschland nicht so bekannt. Und vielleicht, wie Sie das vorstellen können, Erdöl hier in Deutschland gibt es nicht zu viel. Daher habe ich mich entschieden, Schritt für Schritt mich weiterzuentwickeln. Genauso wie ein Baby, der lernt, wie er geht, so Step by Step. Ich habe das genauso gemacht, Schritt für Schritt. Weil wir können nicht auf einmal laufen lernen, sondern wir müssen erstmal lernen, wie man überhaupt geht und dann danach laufen. Genauso, wenn Sie eine Treppe haben, dann müssen Sie das lernen, wie können Sie jetzt die ersten paar Schritte gehen und dann haben Sie die Treppe dann erfolgreich, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht und sind Sie da, wo Sie gehen wollen. Ich habe mich erst mal in einem ehrenamtlichen Aufgaben beschäftigt und darauf habe ich mich auch beworben. Ich habe ehrenamtliche Arbeit gemacht, hat mir mega Spaß gemacht und dazu habe ich auch Referenz gesammelt. Und Referenz ist sehr, sehr wichtig in Deutschland und europaweit und weltweit. Nachdem ich die ehrenamtliche Arbeit schon gemacht habe, habe ich mich vor Dienstleistungsfilmen beworben, damit ich auch Kontakte herstellen kann und damit ich auch Referenz sammeln kann, wo ich das alles zusammen mit meiner Kompetenz einfügen kann und dann zusammen präsentieren. Weil ansonsten, wenn Sie irgendwo gehen und sagen, hey, ich kann das gut, vielleicht passe ich ganz gut da, da kann ich Ihnen nicht genau garantieren, ob das klappen kann. Aber wenn Sie erstmal die Referenz, die Erfahrung plus Ihre Kompetenz zeigen können, dann haben Sie eine große Chance, eine vernünftige Arbeit zu bekommen. Und ich möchte Ihnen noch etwas sagen, wenn Sie darauf achten, wie Sie in Ihren Bewerbungsunterlagen aussehen, dann bekommen Sie auch hohe Chancen. Wie Ihr Anschreiben aussieht, wie Ihr Lieblingslauf aussieht, die Worte im Lieblingslauf, das spielt auch eine große Rolle, besonders beim HR-Personal. Und wenn Sie überhaupt in dem Anschreiben etwas formulieren möchten, dann fokussieren Sie bitte immer, dass Sie nicht nach Ihren eigenen Vorteilen denken, sondern zeigen Sie, was können Sie dem Arbeitgeber anbieten. Zum Beispiel, ich habe geschrieben, ich möchte, dass wir zusammen wachsen. Ich hoffe, dass Sie haben jetzt auch die Tipps jetzt schon bekommen haben und wir haben uns jetzt auch gegenseitig inspiriert. Falls Sie noch Fragen haben, Sie können mich gerne schreiben, ansprechen, im Social Media Mustafa al-Salih oder gerne Philipp fragen. Und dann, ihr verbindet uns, euch einen schönen Tag nochmal und vielleicht bis bald. Ja, vielen Dank, Mustafa. Der Mustafa hat das schon angesprochen. Erstmal, er hatte ein Ehrenamt, dann Personaldienstleister und dann ging es weiter, hatte die Kontakte hergestellt bei seinem Wunscharbeitgeber. Und ganz wichtig, bei seiner Bewerbung, da haben wir genau das Prinzip gemacht, wir haben immer überlegt, was können wir schreiben, was dem anderen hilft. Aber dazu gleich mehr. Okay. Erstmal kommen wir zu Fotos, darüber hat Mustafa auch gesprochen. Sag mal, wie viele Punkte gebt ihr diesem Foto als Bewerbungsfoto? Zehn ist das Maximum. Null ist, okay, weniger als Null gibt es nicht. Gib mal hier, okay, die Mary sagt drei. Was sagen die anderen? Wie viele Punkte gebt ihr diesem Foto? Sieben. Juan. Oh, Juan, nicht schlecht. Robert, Robert, denke ich, gibt sechs. Sieben, André sieben, Rukes sechs. Lisa, Sandra fünf, Lenka sechs. Okay, also ich glaube, er bekommt von den Damen keine Einladung zum Kaffee, so wie das sieht. Nicht mit diesem Foto. Gucken wir uns das zweite Foto an, von der gleichen Person, einfach ein paar Monate später. Wie viele Punkte gebt ihr diesem Foto? Ist die gleiche Person, ist der gleiche Mann. Ist der Sebastian. Sandra sagt acht, Mary sagt sieben, André neun, Lenka acht. Vielleicht doch ein Kaffee. Okay, was ist der Unterschied? Es gibt mehrere Unterschiede. Einer ist einmal im Preis. Das eine hat ungefähr 25 Euro gekostet. Das hier hat 70 Euro gekostet. Das ist mein Fotograf hier in Köln und ich habe gesagt, wir gehen zu diesem Fotografen, wir machen dort ein Foto und das benutzen wir als ein Bewerbungsfoto. Ich fand dieses hier gar nicht so schlecht. Ich fand, er sieht sympathisch aus, aber das war nur meine Meinung. Ich habe einen Profi gefragt, jemanden, der Arbeitgeber ist, hat gesagt, das sieht ungepflegt aus. Sein Bart sieht nicht so sauber aus und so weiter. Und ja, hier haben sie das Foto bearbeitet. Ein bisschen, nicht so viel. Es sind keine Filter hier. Hier sind keine Filter. Einfach die Farben sind ein bisschen anders. Ja, das Lächeln. Er lächelt auch etwas besser, obwohl er, ich kann das euch sagen, an dem Tag war er kaputt. Er hat kaum geschlafen. Auf dem guten Foto, da hat er kaum geschlafen. Das weiß ich. Es gibt auch ein Video von diesem Kandidaten, wie er die Arbeit gefunden hat. Es ist ein sehr gutes Video geworden auf YouTube. Ihr seht, die Fotos sind einfach wichtig. Spart nicht beim Foto. Geht zu einem Fotografen und fragt ihn, bearbeiten Sie das Foto mit Photoshop, ja oder nein? Wenn er nein sagt, geht zu einem anderen Fotografen. Okay? Ein Fotograf heute muss Photoshop beherrschen. Und Photoshop beherrschen heißt nicht, ich tue da 30 Filter drauf und jeder sieht, dass das nicht echt ist. Das ist wie eine Barbie-Puppe. Das muss authentisch aussehen. Man darf nicht sofort sehen, dass es bearbeitet wurde. Okay? So viel dazu. Wir haben gesagt, die größte Aufgabe ist der Mensch. Was möchte ein Arbeitgeber von einem Arbeitnehmer? Was möchte ein Arbeitnehmer von dir? Könnt ihr das mal in den Chat schreiben? Was will der von dir? Du bist jetzt, du suchst eine Arbeit. Sagen wir, ich bin der Arbeitgeber. Was möchte ich eigentlich? Verantwortlichkeit, ja. Verantwortungsbewusstsein, sagen wir meistens. Verantwortungsbewusstsein, ja. Das ist eigentlich schon der Punkt, dass man sagt, dieser Mensch kann die Aufgabe verantwortlich erledigen. Als Arbeitgeber und wie ich euch gesagt habe, ich habe eine ganz kleine Firma und bei mir ist es auch so. Ich stelle mir die Frage, kann dieser Mensch die Aufgabe erledigen? Das ist mein erster Punkt. Warum? Wenn er oder sie das nicht kann, muss ich ihm das beibringen. Dann sprechen wir über eine Ausbildung. Dann ist die Frage, kann dieser Mensch das lernen? Das ist eine andere Frage. Kann er das schon oder kann er das lernen? Wenn er beides nicht kann, haben wir ein Problem. Das ist super wichtig. Zuverlässigkeit, ja. Du hast, keine Ahnung, du hast einen Lehrer und du sagst hier, du hast einen Kurs und der Lehrer, der kommt eine halbe Stunde zu spät jedes Mal. Das geht nicht. Das ist ein Beispiel. Du hast einen Arbeitnehmer in deinem Büro, der soll eigentlich am Empfang sitzen und die Leute begrüßen. Keine Ahnung, der hat immer schlechte Laune. Das funktioniert nicht. Wir müssen als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber versuchen wir immer zu gucken, löst dieser Arbeitnehmer ein Problem oder macht er mir neue Probleme. Und wir müssen den Arbeitgeber überzeugen davon, dass wir keine neuen Probleme machen. Und natürlich, wir sprechen hier nur die Wahrheit. Wir reden nicht davon, dass man nicht die Wahrheit spricht. Okay. Gucken wir uns eine Bewerbung an. Wir machen das, wir rollen das ganz schnell auseinander. Hier ist eine Stellenanzeige von der Firma Gronis, eine echte Stellenanzeige. Zwei Punkte waren wichtig. Die suchen einen Büromitarbeiter, eine Verwaltungsfachkraft. Zwei Punkte von all diesen Punkten, als ich das gesehen habe, waren speziell. Einmal als Aufgabe, Abrechnung von Maßnahmen der beruflichen Bildung. Das ist sehr speziell. Die anderen Sachen hier sind allgemein. Büroarbeiten, Archivierung von Akten, das ist alles allgemein. Dann beim Profil. Das hier war wichtig. Kenntnisse in der beruflichen Bildung, bei Integrationskursen und Deufelkursen. Das habe ich gesehen, das ist das Speziellste. Die anderen Sachen, freundliches Auftreten, das ist alles Vanille. Das ist allgemein. Okay. Das ist nichts Spezielles. Darum, was war wichtig? Ich habe verstanden. Diese zwei Punkte sind die wichtigsten. Das ist schwer zu finden, diese zwei Sachen. Und wenn ihr jetzt ein Anschreiben formuliert, die meisten schreiben einfach, hiermit bewerbe ich mich als, keine Ahnung hier, Verwaltungsfachkraft heißt das hier. Mit AVGS-Erfahrung. Oder, ich habe auf dieser Internetseite ihre Stellarzeige gelesen. Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Aber wir versuchen sofort die Aufmerksamkeit zu nehmen und den Arbeitgeber sofort zu überzeugen, dass wir sein Problem lösen. Und natürlich nochmal, wir reden nur die Wahrheit. Wenn ihr das nicht lösen könnt, bitte schreibt das nicht. Gut. Schauen wir uns an. Wie haben wir das gemacht? Der Name ist gefälscht. Der Rest ist echt. Das ist ein echtes Anschreiben. Wir haben das wirklich an die Firma geschickt. Frage an euch. Was fällt dir zuerst auf? Was siehst du zuerst? So, einfach auf den ersten Blick. Schreib mal bitte in den Chat. Worauf achtest du zuerst? Als du das hier gesehen hast. Das Bild. Die Lisa sagt das Bild. Richtig. Wir haben das Bild oben eingefügt. Immer an die Psychologie denken. Das Foto. Wieder ein professionelles Foto. Haben wir eingefügt. Damit die Leute das Gefühl haben, ein Mensch redet mit mir. Das machen wir extra. Noch eine andere Sache. Wir haben das Logo. Da haben wir dieselbe Farbe genommen und dieselbe Form. Wie das Original-Logo von der Firma. Das ist auch wieder. Wir möchten den Leuten zeigen. Hey. Wir gehören schon zu euch. Wir haben das gleiche Logo. Wenn ihr nicht so viel Arbeit euch machen wollt, könnt ihr wenigstens die gleiche Farbe benutzen. Wie das Logo vom Arbeitgeber. Das ist ein kleiner Trick. Muss man nicht machen. Aber funktioniert sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach. Die bleiben hängen. Ihr müsst überlegen. Die bekommen 30 Bewerbungen. 40, 50. Wir müssen etwas machen, dass die stehen bleiben bei deiner Bewerbung. Und wie bleiben die stehen? Mit einem Topfoto. Mit einer interessanten Farbe. Und der erste Satz. Der erste Satz ist der wichtigste. Nicht der letzte. Der erste. Weil wenn der erste Satz nicht interessant ist, dann lesen die die nächste Bewerbung. Es sind zu viele. Es sind zu viele meistens. Was haben wir geschrieben? Sehr geehrter Herr Blablabla. Sie möchten eine sorgfältige Abrechnung von AVGS-Maßnahmen und BAMF-Kursen. Da haben wir etwas gemeinsam. Das heißt, wir beide möchten das. Dass diese Abrechnungen sauber laufen. Wo haben wir das gesehen? Wir haben das in der Stellenbeschreibung gesehen. Abrechnung von Maßnahmen der beruflichen Bildung. Das sind diese zwei Maßnahmen. Und Erfahrung. Über die Erfahrung spricht er danach. Ach hier, meine Verwaltungserfahrung, blablabla. Der Punkt ist, direkt am Anfang machen wir klar. Ich kann dein Problem lösen. Direkt am Anfang. Nicht am Ende. Nicht in der Mitte. Direkt am Anfang, dass sie sagen, okay. Er hat das gleiche Ziel wie wir. Funktioniert in allen Branchen. Haben wir schon tausendmal gemacht. Gut. Ein perfektes Anschreiben. Allgemeine Formel. Wenn der Leser, der Arbeitgeber, das Gefühl hat, dass du nur für ihn das geschrieben hast. Bitte mach kein Copy-Paste. Wenn der andere, der merkt, merken kann, dass das nicht für ihn ist. Wie ein Liebesbrief. Wenn du einen Liebesbrief schreibst an einen Mann oder an eine Frau, je nachdem. Dann muss das einfach so sein, dass der Leser sagt, wow, das ist der Hammer. Okay. Das war es soweit, was ich noch weiter anraten würde. Kleiner Punkt ist, dass man sagt, wir möchten nicht schreiben, sowas wie, ich will mich weiterentwickeln oder aus familiären Gründen ziehe ich um. Mach das nicht. Das ist wieder über euch. Eure Probleme, darüber könnt ihr später sprechen. Aber beim Anschreiben überlegt ihr nur, was kann ich für ein Problem für ihn lösen. Da müsst ihr recherchieren. Das braucht Zeit. Ich brauche für ein Anschreiben Stunden, bis ich das habe. Meistens. Wenn ihr einmal ein gutes habt, dann könnt ihr Copy-Paste benutzen für dieselbe Branche, wenn das passt. Wenn das nicht passt, neu schreiben. Okay. Wir kürzen hier etwas ab. Das waren noch einige interessante Infos hier zum Lebenslauf. Wir machen solche Lebensläufe immer so und ich kann das nur empfehlen. Benutzt die Farben von der Firma. Schreibt oben rein die Position, für die ihr euch bewerbt, als Arbeitstitel, als Berufsbezeichnung. Benutzt euren Link von LinkedIn. Und ja, wo kann man das machen, wenn ihr wenig Geld investieren möchtet? Freelancer.com, da findet ihr Grafiker. Wenn ihr das Komplettpaket wollt, Bewerbungsprofi ist hochpreisig. Das war's. Wenn ihr mehr solche Informationen möchtet, folgt uns auf YouTube. Das ist der YouTube-Kanal Deutsch D1 auf Instagram Deutsch.de1. Wir haben auch einen Telegram-Kanal. Da kommen noch mehr Videos zu diesem Thema. Zum Thema Sprache, natürlich. Arbeit, das war das Thema heute. Und allgemein alles, was mit Fortschritt zu tun hat. Wir möchten, dass ihr einfach super kompetent seid. Das war alles von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben überhaupt für Fragen. Ex-Polingua, was sagt ihr? Okay, was kann man bei Lücken im Lebenslauf tun? Das kann ich dir sagen. Du hast wahrscheinlich in dieser Lücke was getan. Ich erkenne einen, der war zum Beispiel krank. Der hatte eine schwere Krankheit. Aber der hat in der Zeit so ein bisschen über Online-Marketing gelernt. Dann haben wir das geschrieben. Jeder hat eigentlich was getan. Es gibt keine Lücke im Lebenslauf, meistens. Meistens ist irgendwas zu tun. Wenn du nichts gemacht hast, kein Ehrenamt, zum Beispiel du bist jetzt arbeitslos, dann mach jetzt ein Ehrenamt, damit du etwas Interessantes da hinschreiben kannst. Oder mach ein Praktikum. Wenn du gar nichts, gar nichts, gar nichts anderes hast, dann schreib die Wahrheit. Dann schreib einfach, keine Ahnung, Krankheit oder Betreuung der Kinder, wenn du dich um Kinder gekümmert hast. Ja, also, ich freue mich, dass es euch sehr geholfen hat. Und ich kann euch sagen, die Sachen, die funktionieren. Einige sagen, das funktioniert nicht. Fotos sind nicht so wichtig. Fotos sind wichtig. Guck mal, der Punkt ist einfach, ich sage das nicht, weil mir das gefällt. Ich sage das, weil es funktioniert. Ich mag nicht, in einem Anzug rumzustehen. Seht ihr heute. Aber wenn ich ein Bewerbungsfoto mache, da habe ich einen Anzug an. So einfach ist das. Weil ich weiß, für die meisten Positionen ist das sehr wichtig, um den anderen davon zu überzeugen, dass ich seriös bin. So einfach ist das. Okay, wie kann ich antworten für diese Frage? Ich habe fünf Jahre gebraucht für den Master, für dein Masterstudium. Du kannst verschiedene, erst mal sagt die Wahrheit. Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe mehrere Dinge gemacht in dieser Zeit. Ich habe auch noch, vielleicht hast du irgendwo ehrenamtlich gearbeitet. Vielleicht hattest du nicht genug Geld und du musstest nebenbei arbeiten. Ich habe auch mein Studium, ich habe zehn Jahre Jura studiert. Zehn Jahre habe ich, du hast fünf Jahre studiert, ich habe zehn Jahre studiert. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet und ich habe kein Problem, das zu sagen. Fünf Jahre, studiere mal zehn Jahre. Nach der Frage beenden wir. Okay, Expo Lingua sagt, es ist Schluss. Vielen, vielen Dank, Mustafa. So Leute, es war mir eine Ehre, mit euch zu sein. Euch viel Erfolg nochmal und glauben Sie an sich und seien Sie mündlich Herzbesitzer. Vergessen Sie das bitte nicht und seien Sie Herzbesitzer und tun Sie den ersten Schritt. Genauso wie ein Baby, der lernt, wie er geht. Step by step. Wir sehen uns. Alles klar, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.